Nio ist es leute was geht Jonas hier zum aller 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 erst mal auf die Stelle okay Mädchen 2.de Sikorax blaues reich ein bisschen viele Spielminuten für das Level aber joggdonsinnig würde ich sagen halt die Fresse Handy wie geht es bei meinem Handy lautlos schalten man weil das kann ich selber nicht mehr ab man Galaxy S5 Vibration mein Alter das bricht die schon fast den Bein sozusagen die Vibration wenn sie jetzt wenn sie immer auf dem Tisch liegt oder so sehen die das Fakt einfach so krass ab ne also ich komme gar nicht drauf klar so Kammer ist also okay der schöne Anfangslag laufen hier viel zu wenig FPS rum naja egal so haben wir jetzt noch für vier Stunden Doppeldrop so was haben wir denn hier alles so fangen wir mit vorm S an vorm S 26 DSS 20 Tiere 4 ESO die B plus 4 und Krieger plus 4 traditionell Helm plus 6 Schlachtschild plus 6 äh ja bräuch ich kann nicht sagen ähm 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 ein Tipp plus 6 ein MP Absorb 2 Dolich Deft 2 TP Absorb 4 Windwiderstand und ein AW-Stein Plus 3 Windschuhe für 21 Stunden das ist schon der krasseste Shit den ihr jemals im Leben gesehen das ihr äh okay der krasseste Shit den ihr jemals im Leben gesehen habt so fuck ich kann kein Deutsch ich habe gar nicht schon was ich aufgenommen hab ähm ich schätze mal so um 44 ähm das ist nur das für mich denke ich will auch sorry so jedenfalls jetzt machen wir uns ein bisschen in die Platz dass wir ja noch schön kurz mit zwei gehen könnten oder so wäre natürlich auch ziemlich fresh frisch viel zu viele das ist noch alles Krupp fp ist man es geht immer gar nicht klar aus außen so so ich würde sagen wir schauen einfach nur mal kurz Mert 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 2 um mehr ständige noch Kasselis also nicht krass aber noch gute Anliegen weil sie müssen ja gut auch nicht mal die sind bis bis 9 zu die bis 9 mit 10 durch der und zwei E-Sue und noch zwei Ebenholz also ich könnte könnte jetzt nicht aber es lässt sich leben damit und ich glaubt der Charakter ist sogar das Geld Real so also jetzt erstmal wenn ihr schon ein bisschen mit mir ausgehalten habt dann bekommt jetzt auch ein paar infos zu diesem channel jedenfalls ich habe den kumpel zu zweit das video von ihm werdet ihr auch noch sehen ich weiß nicht mehr was er auf dem channel macht also ich werde für mädchen zuständig sein also wenn ihr mädchen videos mögt und mich feiert dann schaut einfach meine mädchen videos bei ihm könnt ihr dann wenn ihr auch mal ein video oben hat auch mal schauen ich weiß nicht mal was er für videos macht jedenfalls ich bin für mädchen zuständig ich werde aber nicht nur die um ein de machen sondern zum beispiel auch bald auf mädchen sg vielleicht mal pso keine ahnung weil aktiver in einer sache bleiben das ist halt immer so eine sache mit die zum beispiel weil pay to win mir sag ich nicht ja also jedenfalls ich bin für mädchen zuständig was er macht weiß ich nicht komm schon es wird doch irgendwo in verfickten mädchen geben man mit ihm mochten mich noch nie vor allem die ostermädchens man die haben mich gehasst und scheint die haben mich schon richtig gehasst man näher haben wir noch ein paar ostermädchen ich hätte ein bisschen mehr fahren sollen ich habe sein oster event doch gar nicht mehr gezockt habe immer noch wegen oster event doppeldrop ich hatte auch diesen komischen op ring da und so habe es einfach alles gar nicht ausgenutzt man ich verstehe es nicht wieso habe ich das nicht ausgenutzt naja egal gleich mal müsste mir ein mädchen finden problem sind das wird schnell zwei sind wetter sind jetzt gleich wieder so x milliarden botter so wie ich mädchen zwei kämmen okay es ist kein event er sich das ist es kann nicht so wahrscheinlich dass botter da sind botter anwesende nicht botter anwesende nicht anscheinend nicht finde ich gut aber das gemäht ihn hier finde ich nicht gut von uns gemäht ihn nehmen halb für den müsste ich sogar noch was droppen ok kermit ihn sein aus prinzip kloppen würden jetzt rein aus prinzip klatschmann durch die bis hin so mein gott machen wir ohne dringend wenig damage oh mein gott mit dem ring habe ich einfach umkritt die ganze zu ein kauder so gemacht nö jetzt juckt sie nicht mehr vorken noch nie gar kein damage naja egal der geht schon darum komm schon wieder ab das wollte ich fragen wenn mich ich bin ich kann keine so gut wie gar keine pizze wurden mpc spielen auf dem laptop konnte ich so spielen nur jedenfalls bei mir am pc ist es so wenn ich um diese veröffentlicht muss ich er kommt die ganze zeit mädchen zwei datei trägt die keine datei oder so ja ja ich bin fehlerbehebung oder so im klient geht auch nicht haben wir haben schon ein paar wie es auf YouTube anschaut ich finde einfach nix ist halt wegen mir das auch zu so wenn ihr eine lösung wirst mit dem Schusslaufwerk mit zuerst auf der gestern geht auch nicht das habe ich auch schon versucht aber wenn ihr da noch eine lösung wüsste halt ich werde ich so dankbar man ich werde euch die füße ablecken man das wäre einfach zu groß das wäre einfach zu groß na jetzt schon mal noch mal Metin nicht finden wenn ich muss ich leider den Partys auch beenden komm schon mit ihm geht doch noch zum schönen Abschluss ah Metin komm schon komm komm mit ihm jetzt laufen wir hier an und hier steht die Punkte mhm schaut doch richtig so aus ja normalerweise müsste jetzt rechtsmitglied sein wenn sie nicht wieder weggefahren wollen wenn ich auch und das können die 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 das geht nicht klar die 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 zumindest nicht hätten ok als 0 viele wir nicht so jung hier ist er schon okay wir töten zum abschließenden schönen schuhen man hatte wenn muss man schon gescheit töten genau von mir sind und ist dann nicht einfach direkt kommen er wird direkt gestern ja so macht man es wir werden nicht putten okay musikerin nicht da noch toll gewesen wenn jetzt verweckt werden okay also haut rein bis zum nächsten mal tschüss als er die masse Skopje mann ne danke okay so ist aus